Darf ich fragen? Ist unhöflich, aber wie alt sind sie? Wie alt sind sie? Wie alt sind sie? Old? Old? Home? Old? 70? Okay. Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram. Links unten in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. XQN, Dankeschön, Kuss. Let's go. Was Schwein macht. Seh ich aus wie ein Schwein. Ich seh aus wie ein Schwein. Junge, der Arme. Das soll nicht dein Schweinchen sein. Oh, Nick Ross, Dankeschön. Wegen dem Coronavirus kostet nichts von Wish oder Mova, okay? Weil da, äh, also das kommt von China, deswegen. Also holt nichts von da irgendwelchen Produkten. Hey, nein. Okay, danke, Biggie. Nein, 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 nein. Bro. Nein, das ist ein Baby. Digga, wieso ist Taro so Psychopath? Er macht einfach alles mit, Digga. Jede Mal, Alter. Und ich muss mich wieder richtig rein boxen. Hey, yo, Lil Raju on that beat man. PUBG and Curry with my friends. I live in my car, bro. Not really a Benz. I'm not broke. Only here for cash. If you didn't do your IRS then you know I can. Scam me when you want. Scam me when you need. So im Jahr 2023 werde ich dir einen ähm, was hast du gesagt, du musst, was musst du brauchen? Ich habe ihn so gesaved, man. Ja, was hat er direkt gesagt? Ich geh kurz aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, shoppenesel gefunden, der V-Buckskack für Fortnite. Auf die Frage, wie viel Promille habe ich, kann ich antworten null. Ich trinke keinen Alkohol. Okay, glaube ich dir nicht. Was nimmst du dann für Drogen? Sag es mir, ich will es auch haben. Kannst du einfach machen, 100 Jahre Garantie. 100 Jahre Garantie bringt doch gar nichts, oder? Ja, mein Auto zum 18. Scheiße, Alter. Was ist das, ein Opel, oder? Oder? Natürlich, Mann. Der Marabu verfolgt mich. Der Marabu? Ja, der Marabu, der Marabu, der macht das Arschloch auf und zu. Ach, Junge. Ja, Freund, alles fit? Ich bin dirst du mir ne Fanta? Ne Fanta? Ich bin dirst du mir ne Fanta? Sag mal bitte. Ich bin dirst du mir ne Fanta? Sag mal bitte. Bitte. Ja. Okay, dem würde ich ne Fanta spendieren, dem Bro. Ich würde ihm sogar einen sacken. Wieso sag ich sowas immer? Ich hab noch nie einen 07er gedatet. Warte mal, die ist 14. Kommt man dafür ins Gefängnis, oder was? Ja? Okay. Hey, ähm, ich hab grad gesehen, wir können uns leider nicht mehr treffen. Ciao. Oh Mann, der ist stark, der ist stark. Also, ähm, ich bin jetzt zuhause gleich, Babe. Ähm, ich bin jetzt in Tarsing, und ich bin hier grad mit Knossi. 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 Fuck, also, hallo. Guck mal, da ist Knossi. Junge. I love Knossi, aber peace. Hey. Hallo. Ich hab mal so ne Frage. Was denkt ihr, wie ich aussehe? Blond. Ich sag locken. Und dünn. Soll ich mich einfach mal zeigen? Ja. Jo. Ja, ja, perfekt. Oh. Hey, warum lacht ihr? Warum denn nicht? Habt ihr noch nie so was gutaussehendes gesehen, oder was? Nö. Nö, eigentlich dachte ich mir, du siehst besser aus. Oh, 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 oh. It's the final brain cell. Binini, binini, binini. Nino, 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 Nino. Auf die darf er nicht drauf treten, weil der Panzer bricht. Nino, 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 Nino. So geil. Deutschland. Junge, wer zu dem Song noch nicht mit Kotze im Maul mit einer rumgemacht hat. So ein Loser. Ihr seid Loser, wenn ihr damals sieben erst alt gewesen seid. So, ich sag's wie es ist. Wenn ihr jetzt 14 seid und ihr wart damals erst sieben, dann seid ihr Loser. Wir schieben das Auto an. Der schiebt und ich schieb mit und wer sagt sie mir, macht die Tür zu. Ich sag okay. Wer macht die Tür zu? Mein Finger steckt fest. Das knallt und ich stehe so. Der ist im Auto. Der guckt mich an. Der guckt so. Sie haben ihre Nase offen. Ach, Entschuldigung die Dame. Das tut mir vom Herzen leid. Oh, oh. Ja, genau. Okay, mach doch mal eine Stimme, Digga, bitte. Nee, Digga. Komm schon, Digga. Nee, Digga. Aber du kannst dich voll gut. Auf gar keinen Fall, Digga. Du kannst dich richtig gut. Ja. Junge, wie viel, wie viel muss man Montana Black geguckt haben? Dass man das nachmachen kann. Danke dir, Digga. Vielleicht belohnst du das ja mit einer Donation-Cover. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. So, Digga. Du kannst wirklich schlafen, Digga. Digga, schlechter geht's aber nicht. Ja, Digga. Genauso, wie deine Mutter am Bett gestern zu ruhen, Digga. Sie lachen gerade. Die Lassen. 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 Jens, geht's gar nicht gut. Levana, Kuskus. Danke. Mein Schwanz ist so lang wie die Lanzen bei einem Ritterturnier. Und deswegen folgen die geilen Schlappen auf Twitter nur mir. Ganz egal, welchen Beruf du hast, ich verdiene mehr Geld. Und mein Schwanz ist die längste Praline der Welt. Ist Pep überhaupt eine Droge? Ist Pep überhaupt eine Droge? Nein. Was ist das denn? Ein Pohr. Koffein. Reines Koffein-Extrakt ist das. Achso. Oder wie sie sagen, das wäre ein Anteil von Koks im Spalt. Okay, dann nehme ich Pep. Heutzutage ist es so, Instagram, du reagierst auf ihre Story, nachdem sie so auf irgendein Lied von Dardan reagiert hat. Dann machst du Flams-Smiley, dann sagst du, lass uns ein Shisha-Café treffen, dann holst du sie mit irgendeiner Scheiße ab, mit einem geliebten AMG, dann steigt sie ein, ihr redet richtig cringe, ihr raucht Pfeife, sie raucht Pfeife, ihr fährst nach Hause, sie sagt, kann ich doch zu dir oder so, du wohnst aber noch bei der, weiß ich nicht wo, dann geht ihr in irgendeinen Wald, möchtest, ne? Und dann fährst du nach Hause und dann schreibt die ganz cringe. Wollt ihr so eine Beziehung haben? Wollt ihr das so haben? Ja. Nein. Achso, nein. Ich habe einfach mal an meinem Saugroboter einen nassen Lappen drangehangen, somit wischt es und saugt auch noch gleichzeitig. Ich habe es aber noch mal ein bisschen geupdatet und habe noch einen Lappen drangehangen und es funktioniert super. Probiert es einfach mal alle aus. Okay, dankeschön. Ist das ein... Ach, das ist ein Kanin... Das ist ein Fuß, kein Kaninchen. Kari, vielen, vielen, vielen Dank. Nein. Ich brauche erst mal eine Zigarette. Doch, die raucht jetzt erst mal Man kann mir sagen, was man will, aber Raucher sind einfach sexy Rauchende Frauen sind einfach sexy, oder? Rauchende Frauen sind, ah, das ist mein Kryptonit Rauchende Frauen sind so unglaublich sexy, Mann Und wenn die ihr Tabak nicht bekommen und den Nikotin, dann sind die noch mehr sexy Und in dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten, wieder schauen und reingehauen Ich habe nur eine Kugel in der Kugel in der Kugel in der Kugel in der Kugel. Okay. Okay. Ja w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wie, gdzie biały węg Und... Okay. Okay. Okay.